Hallo, mein Name ist Daniela. Unser Sohn Konstantin besucht die 12. Klasse an der MPS. Was diese Schule besonders macht, ist die Herzlichkeit, die familiäre Atmosphäre, die sehr gute Kommunikation und der hohe Grad an akademischen Lerninhalten. Ganz besonders toll ist der wöchentliche Bericht der Lehrer, der sich mit der geistig-emotionalen, aber auch schulischen Entwicklung des Kindes befasst. Diese Berichte sind wirklich sehr individuell und ausführlich. Des Weiteren werden besonders die Kinder in den höheren Klassen durch ihre Berater, was Karriere und Universitätsplanung angeht, sehr, sehr gut unterstützt. Wir können MPS uneingeschränkt empfehlen. In unserem persönlichen Fall haben wir in fünf verschiedenen Ländern gelebt und Konstantin hat fünf verschiedene internationale Schulen besucht. Keine war so herzlich, hat so ein familiäres Umfeld geboten, so eine Unterstützung in allen Belangen und ein wirklich toller Dialog zwischen Eltern, Lehrern, Schulleitungen, Kindern. Also insgesamt ist es eine ganz tolle Schule und wir sind glücklich und froh, Teil dieser Schule zu sein. Musik 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 Musik